so und das dann vielleicht direkt hier runter packen damit wir nicht gleich so belästigt werden so jetzt müsste jetzt müsste alles perfekt sein ich weiß der ladebildschirm geht hier dabei das war ich aber ganz kurz weg wenn ich so vieles klingt jetzt weil ich nicht weiß wegen copyright deswegen mache ich das aber ganz ganz geflixt weg ich bin da nämlich sehr sehr vorsichtig weil wegen man weiß ja nicht ich könnte mir sehr gut vorstellen dass das ärger gibt so das spiel ist sehr laut ich muss es für mich einmal extrem leiser machen ihr müsst mir einmal sagen ist es zu leise oder ist es zu laut weil für mich ist es mega laut ich bin gerade nämlich dabei meinen eigenen sound runter zu stregeln bis ich weiß ob ich es höre oder nicht wenn noch kann ich nichts einstecken bei mir ist es okay okay wie gesagt bei mir drohen es halt mega auf den ohren aber eigentlich geht es so wie es jetzt gerade ist deswegen warte ich noch mal ein paar minuten wenn der ein oder andere noch mal sagen könnte ob es geht oder nicht ansonsten müsst ihr mir das im nachhinein einmal sagen ich kann es im nachhinein auch noch regeln hoffe ich so ja hoch ich muss einmal ganz kurz also ok warum auch immer das nicht okay so jetzt ist die nächste frage wollen wir das ganze auf japanisch oder wollen wir das ganze auf englisch ich bin ja immer eher der favorit ich höre mir das ganze lieber auf japanisch an die frage ist wollen wir das wirklich oder wollen wir uns das auf englisch geben wir haben uns ja beides in der demo angehört und das war beides ok also mich ich würde das jetzt nicht so stören aber vielleicht hatte ein oder andere ja vorlieben wie gesagt das klingt beides gut bin ich war jetzt meine meinung aus der demo heraus japanisch was er nicht ist mit dem rest meint wir sie sehen was sagen die anderen ja nein vielleicht japanisch ihr wollt alle japanisch oder wir hätten immer sich zwei drei sekündchen das ist ähnlich wie mit dem sound weil wenn sonst keine einwände erhebt ich weiß nicht ob man sind im nachhinein ändern kann wenn nicht dann müsst ihr damit nämlich leben klarkommen keine weiteren einwände niemand nichts ja da niente habe ich jetzt japanisch ausgewählt ich weiß es nicht okay jetzt habe ich japanisch ausgewählt ich kann irgendwie mit dem hier nicht bestätigen ich muss erst mal noch die bestätigungstaste also ich glaube mit die controller steuerung funktioniert doch nicht ganz okay dann muss ich mit maus und tastatur spielen wenn das hier so so was haben wir hier handel wir haben nochmal und maus und tastatur wird aber schwierig schwer wir nehmen normale ja gut vibration habe ich jetzt nicht und der titel wäre super ich muss das zu tun wird das scheiße funktionierter controller nicht richtig wenn es so leise oder zu laut ist sagt bescheid ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ich bin ja gut ja gut ja ja Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann es gleich versuchen, lauter zu machen. Doch sind wir ja nicht drin. Ich kann es nicht drin. Möchtest du mit deinem力? Lass dich! Tick, Kame! Sie... Ich bin... ... Oh Gott, das ist relativ nah. Weißt du, Kaya? So viel zu keiner Alerts, ne? Das von meinem eigenen Mord. Aber vielen, vielen lieben Dank für deinen verschenkten Sub an Luna. Wird sich Luna bestimmt freuen. Nee. So ein bisschen. So ein bisschen, Gaius, so ein bisschen. Das... Ja. Ja. Schande. Schande. Oh Mann. Da hat einer zu viel Geote geguckt. Okay. Oh Gott. Ich bin die Kontrollversteuerung gewöhnt. Jetzt hat das nicht funktioniert. Okay. Mit E können wir sprechen. Äh, es tut mir leid, Eisenmaske. Wegen mir wurdest du verwundet. Mach dir keine Sorgen, Kleiner. Ich habe dabei nichts gespürt. Deswegen sagt dir der Doktor immer, du sollst besonders vorsichtig sein. Oder? Ja, aber letzten Endes habe ich entschieden, dich zu retten. Und ich bereue nichts. Also mach dir keine Sorgen, Kohl. In Ordnung. Wieso heißt einer Kohl? Okay. Danke, Eisenmaske. Das ist ein sehr seltsamer Name. Der Typ braucht mir Angst. So, jetzt möchte ich aber gucken. Okay, das... Okay, die haben tatsächlich die... ...Controllersteuerung noch nicht gefixt. Schade. Vorname Helmut. Okay, wir müssen leider... ...die Witz... ...Volieb nehmen. Danke, Maschu. Für 5 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Danke. Da freuen sich die Kätzchen. Ihr habt die Kätzchen gefüttert. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wahrscheinlich zu dem hier mit dem Sternchen, ne? Ja. Der nächste Ziel ist mit dem Symbolsternchen. Sehr gut. Aber die Alerts sind jetzt allgemein sehr leise, ne? Warte mal. Ich kann aber, glaube ich, nicht... Systemeinstellung. Doch, kann ich. Ich kann es leiser machen. Okay, warte. Ich kann das hier leiser machen. Dann hört man die Alerts nämlich auch wieder. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Dufte. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Im fünften Monat. Oh Gott. Ist das echt schon... Also, das sollte hier lauter, ne? Bleibt das so? Dann machen wir das hier auch lauter. Dann mache ich es hier nochmal lauter. Dann sollte das eigentlich funktionieren, hoffe ich. Also, wenn irgendwas zu leise oder zu laut ist, bitte schreit einfach. Dreh auf. So. Hallo, wer bist du denn? Der ist aber grummig. Sehr grummig. Das war's. Ich bin jetzt ein bisschen junger Neugier. Was ist der Schade? Was ist das? Ich glaube, dass ich das nicht so fühle, dass ich mich nicht fühle, wenn ich mich nicht fühle, dass ich mich schmierke, dass ich mich nicht hinterfinde bin. Ich weiß nicht, dass ich mich zu mir. Ich habe mich auch nicht verletzt, wo ich mich nicht mehr davon bin. Ich habe mich auch nur mit dem Gehirn. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Ich würde es nicht so freuen. Ich werde es nicht mehr als ich, als ich. Ich werde es nicht so freuen. Ich werde es auch für mich. Ich werde es bald wieder gehen. Ich werde es nicht mehr als ein Windeln. Ich werde es nicht so verletzen, aber es gibt es nur für einen Gehirn. Aber ich werde es nicht mehr tun. Ich stelle mir gerade eher die Frage, wie er durch diese Maske überhaupt was sehen kann. Ich meine, ich habe da jetzt... Der kann doch nicht durch diese kleinen Schlitze da durchgucken, oder? Oder doch? Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Versuche da draußen nicht so viel Ehrgeiz zu machen. Du fällst mit deiner Maske schon genug auf. Okay. Muss wohl reichen. Ja, aber komm! Na gut, jetzt kann nicht jeder so blind sein wie ich, ne? Die Navigationskarte in der rechten oberen Ecke des Wibschims zeigt die Informationen über deine Umgebung an. Drücke M, um eine Karte in voller Größe zu öffnen. Jo. Das ist, äh, ja. Okay. Nein, kommst du rein, kommst du rein. Der guckt mit den Füßen. Hm, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, das ist ja gut. Danke, dass du mich vorhin gerettet hast. Ja, ja, sehr gern. Hallo. Die Strahlaugen befestigen diese seltsamen Steine an unseren Körpern und lassen uns dann schuften, bis wir tot umfallen. Und als wäre die routinemäßigen Schläge durch sie nicht genug, lassen sie, wenn sie so richtig schlecht gelaunt sind, ihr Zeug auf uns los. Auch nett. Was schaust du so? Bist du auf Ergauß? Na, wieder. Oh. Okay, den hier hat's wohl zerrissen. Hm. Oh. Nett. Okay, das ist ein Zeugl. Nett. Überhaupt nicht bissig. Na, nein. Okay, der hat seinen Abendmahl gefunden. Hallo. Egal, wie müde man davon wird, sie zu sehen, Rene und Leneges hängen immer am Himmel über uns. Ich hasse es. Es ist, als würden sie über uns wachen und jede Bewegung von uns verfolgen. Diese Leneges ist schon beeindruckend. Wir werden die Reneer niemals besiegen können, wenn sie fliegende Schlösser wie dieses bauen können. Hier. Okay. Geh ins Bett. Okay, da sollen wir nicht hin. Hm. Kuscheltier. Ich weiß ja nicht, ob ich damit kuscheln wollen würde. Ich hab grad erst gelesen, den dänischer Mann. Den dänischer Mann. Okay. Ah, hier können wir rasten. Okay. Rasten klingt gut. Ich liebe schlafen. Ich auch in dem Sinne aus... Nein, nein. Oh, Mann. Du darfst so nicht ab, Oka, ja. So, das ganze Spiel werden wir uns jetzt hier drin befinden und werden hier im Arbeiterlager festgehalten. Wir dürfen nie wieder ein eigenes Leben führen. Ah, so springt man. Da so sprint. Warum nicht? Äh, weil wir das sagen. Weil du nur Mord bist? Nein, keine Angst. Es wird heute ohne so lange. Ich bin ja schon seit heute Morgen unterwegs. Ich bin ja auch wichtig. ouch Was ist das? Geh! 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 Ja! Zauberer Abgang! Die Alter ist gefährlich! Ja! Geh! 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 Oh, my God. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl gerade. Ja, klar. Ja, meine Freaks. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich glaube, das tat weh. Drei Wetter Tales. Drei Wetter Tales, Frisurheld. Oh, okay. 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 Die dürfen wieder laufen. Ist hier irgendwas? Nee. Nur großes Tor. Großes Tor versperrt Weg. Hm. Okay, dann nicht. Tuch. Die Maus ist aber empfindlich hier. Achso, mit dir können wir nochmal reden, ne? Wenn du etwas wissen willst, sag ich dir, was ich weiß. Äh, okay. Was ist das für ein Ort? Wie, äh, achso, so betätigt. Okay, ich wollte dich mit Bord und das. Das war echt seltsam. Das ist das alte Zionbergwerk. Einer der Unterschlüpfe der Kamelsinkrähen. Verlassene Minen wie diese findet man hier überall. Wir haben also genug Verstecke. Wenn du etwas wissen willst, äh, ja. Äh, was sind die Kamelsinkrähen? Wie ich schon sagte, sind wir Widerstandskämpfer im Kampf gegen die Strahlaugen? Das Ziel ist Kalaglia von den Kräneern zu befreien. Verletzungen sind für uns in der Tagesordnung. Es ist ein stressiger Job für Sanitäter. Wenn etwas... Äh, nee. Jedes Mal, will ich es weiter vorlesen. Zephyr ist der Anführer der Kamelsinkrähen. Er ist nicht nur körperlich stark, er ist auch echt clever. Und ihn werden wir aufgeschmissen. Und wer ist diese Frau? Das Gefängnis ist dort drüben. Zephyr verhört sie gerade. Ihr könnt es euch anschauen, wenn ihr neugierig seid. Aber ich würde das Verhören an eurer Stelle lieber nichts stören. Und... Kämpft ihr? Wer sonst? Die Reneer herrschen über Kalaglia. Also wenn ich die Namen nicht richtig ausspreche, es tut mir leid. Ich bin... Ich bin keine Heldin der Namen. Ich bin froh, wenn ich so manche anderen Namen richtig ausspreche. Die, die aus Linneges kamen, haben uns die letzten drei Jahrhunderte das Leben zur Hölle gemacht. Natürlich können wir nicht bei den Nachbarstädten erreichen, geschweige denn Linneges. Unser aktuelles Ziel sind also die Reneer und Kalaglia und ihr Lord Balsev. Geiler Name. Okay. Alles durchgequatscht. Aber da geht's. Da kommen wir nicht weiter. Wir haben aber noch nicht gelernt, wie man kämpft, ne? Uh. Ein sehr tolles Landschaftsbild. Ich kann auch noch mit nichts interagieren. Nett. Jetzt hat er vorgestattet. Ja, ne? Uh. Oh. Oh. Was? Was ist das? 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 Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Was dir bequem? Ja. Es geht Ich habe mich plötzlich überrascht, dass die Vierzo herumschuldig war. Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich weiß nicht, was ich wissen, was ich nicht. Schion, Imeris. Jetzt? Dann ist sie? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube wir dürfen gleich endlich kämpfen Das kann ja heiter werden Stumpe, ja toll, wir haben auch noch ein Stumpfenschwert erhalten Nett Irgendwie ist mir das viel zu nah an der Kamera Ey Ist hier hinten noch irgendwas? Ja Kann ich nicht rauszoomen? Das ist mir viel zu nah Ich setze den vollen Hinterkopf Also, drück auf Escape, um das Menü zu öffnen Hier kannst du im System auf Schnipp deinen Spielfortschritt speichern und laden Das Spiel speichert auch automatisch, während du durch Dana reist Die Geschichte erlebst Geil! Wir dürfen das erste Mal automatisch speichern Gab's auch noch nicht in dem Heldhof, glaube ich Somit wüsste ich jetzt keins Apropos, warte mal Outfits Du kannst also das Kostüm, die Frisuren, das Zubehör aller Charakter unabhängig von ihren angelegten Brustungen ändern Wenn der Charakter eine neue Waffe erlangt, kommen auch neue Waffenskins hinzu In bestimmten Szenen können Kostüme vorübergehend anders aussehen Du kannst im Outfit-Menü gehen, um das derzeitige Erschweinungsgebiet eines Charakters als eigenes Set zu speichern Und um an der existierenden zu laden Jeder Charakter kann bis zu fünf gespeicherte Sets haben Ich hab ja eigentlich, ne? Also so rein hypothetisch Hab ich Die Dinger hier runtergeladen Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt schon direkt aktiv sind Eigentlich müssten sie ja Weil eigentlich hab ich die Dinger hier Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wo sie sind Was ist das? Da? Ich weiß nicht schon Oder kommen die ja später Ah, weiß ich noch nicht Äh The birthday to you Ah, danke Papa Vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Glückwünsche Und freut mich, dass du rein schaust Ich hoffe, du bist nicht so, dass ich das jetzt nicht singe Ich kann nämlich nicht singen Ich glaube, ich würde das einfach nur zerstören Ich frage mich gerade, wo sind beide Sachen, die ich hier habe Ich Oder kriege ich die erst? Ich weiß es nicht Ich hab die Sachen eigentlich, ne? Ja, egal Egal Irgendwo wird das schon auftauchen Hoffe ich Ich meine, ich hab nicht zum Umdurchschnitt komplett die Tische mir geholt Ich wollte nämlich die Kostüme haben Aber gut, ich kann auch nachvollziehen Wenn man die hier direkt am Anfang noch nicht benutzen darf Ich kann natürlich auch mal gucken Ob ich das fürs nächste Mal installiere Wenn es da nicht installiert ist Vielleicht hat es auch erst mal nur das hier installiert Mal gucken Aber ich hoffe, es geht dir gut, Mappa Ich hoffe, du hattest eine Schöne und dafürgreiche Woche Irgendwie hab ich das Gefühl Der labert mir immer rein Mach mal für mich ein bisschen leiser Ich hoffe, für euch geht das Wenn der Sound zu leise oder zu laut ist Ich kann immer noch was ändern Also Tut euch keinen Zwang an, mir zu sagen Ob es zu laut oder zu leise ist Ich muss einmal die Ich muss einmal die Ja, fast nur das ist auch eine nette Anfrage Oh, wir dürfen kämpfen So Das haben wir ja schon aus Oder kennen wir eigentlich ja schon aus der Dämon Für mich ist es jetzt nochmal neu Weil ich keine Ich darf meinen Controller nicht benutzen Grundlegende Kampfsteuerung Normale Angriffe Drücke Kuh, um einen normalen Angriff auszuführen Anfangs kannst du bis zu drei normale Angriffe kombinieren Würde bestimmte Fälligkeiten erlernst Und noch höhere Kombinationen möglich Charaktere können nach dem Springen auch aus der Luft angreifen Arts sind besondere Aktionen Die einen Teil deiner AL-Art-Leiste verbrauchen Drücke R, E oder F Um das Art auszuführen, dass dieser Taste zugewiesen ist Die AL fühlt sich automatisch schrittweise wieder auf Aber langsamer, wenn du angreifst Halte WSAD und drücke Um einen gegnerischen Angriff auszuweichen Mit einem guten Timing genau, wenn der Angriff erfolgt Führst du ein perfektes Ausweichmanöver aus Dann lertest keinerlei Schaden Na, da bin ich mir noch nicht dazu sicher Äh, ja, meine Woche war sehr entspannt Hatte jeden Tag früh Feierabend im Praktikum viel gelernt Aber das ist auch cool Das ist cool Freut mich, dass du so eine schöne Woche hattest Meine war relativ okay Ähm, hatte ich ja Dienstag meine zweite Impfung Die hat mir jetzt mal zwei Tage aus den Socken gehauen Aber heute ging's wieder Stopp Okay, ich darf auch mit dem Maustaste angreifen Das ist auch schon mal gut Ach du Scheiße, ist die Maustaste schnell Kann ich das irgendwie langsamer machen? Okay Oh, da werde ich erst mal nicht mehr klarkommen Aua Okay, damit war ich hier aus Oh, ich muss diese Maustaste langsamer machen Das ist ja furchtbar Kann ich das eine Maustaste machen? Ach, warte mal, kann ich das? Oh, jetzt habe ich die Maustaste langsamer gemacht So Es tut mir leid, wenn wir hier noch so ein bisschen hin und her dödeln Kampfkamera Ja Hier passt ja leider nicht ganz so Aber schön, dass ich es auch direkt manuell machen kann So, das sollte jetzt eigentlich funktionieren Ähm In die Richtung muss ich Ah, damit sehe ich mein Ziel Und hier kann ich nichts machen Hier kann ich was rausholen Wieso liegen wir vor uns auch irgendwann? Ihr könnt auch andere wegräumen Das ist wohl nicht meine Aufgabe Und dann muss ich ständig hinter anderen den Müll wegräumen Okay Aua, aua, aua Ich habe aber noch keine Lebensanzeige, ne? Also noch kann ich nicht sterben Das ist schon mal gut Dass ich noch nicht sterben darf Ich weiß, das muss ja auch was Gutes Ey, ich habe nicht gesagt, dass du die Gegner wegziehen sollst Ey Hallo, ich habe noch alles gar nicht gedrückt Ey Danke Oh Gott Die Rattenwohnen auf Oder Genau Genau Das, was Papa sagt Huch Das war die falsche Taste Autsch Äh, das ist dauer Ooi Ja, ne Genau Komm, mir haben wir haben Komm schon Uh Ha Ach, das war Ach, das ist dieses Scheiß Dings aus der Demo Wo du beim Kampf zurückgehst Statt vorwärts Ja, ne Das muss ich jetzt dringend austauschen Diese Schwelbenklinge oder wie Das Ding heißt, dass ich so ein Schweißangriff bin Mag ich nicht Ah, da ist unsere Madame Ähm Abriu Musik ifiable Uni DrS Toosse 1 3 2 4 2 1 2 2 3 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020